hallo und herzlich willkommen zu dieser frücke ich bin heute Morgen, es ist halb 8 gleich ich bin hier ich bin hier dran fett in der auto wir sind auf dem weg nach da laden wir den 938 logischerweise der Bagger, der Kollege ladet das ganze Werkzeug und der geht dann nach Neustadt, Neustadt-Weinstraße irgendwo an der Hauptbahnhof mitten drin das ist das, was ich schon weiß und das ist das, was ich euch sagen kann mehr, was heute noch passiert, weiß ich nicht aber wie gesagt, wir laden den jetzt fahren den jetzt erstmal, da ist es auch bestimmt schon Mittagszeit bis wir von Baumholter nach Neustadt gefahren sind der Kollege ist schon geladen der Bagger verfolgt mich gerade ich bin gerade auf dem Weg zum Tiefbett Tiefbett der Bagger Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 ich bin immer an die seite stelle ich mich so hänge mal der hänger ab ich will mal gucken wie ich hier vorne das ist schon ganz groß komme ich hier vorne wieder raus schule fett hier vor ich denke dann komme ich ja auch raus immer abhängen die fahren waren alle gar hier vorne macht es jetzt einfach so Sollte Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Tja, 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 Tja Tja, Tja Tja Tja, Tja 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 Das war's. Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Ich bin auf der Very Impotent Person. War nur ein Scherz. Ich bin schon zum nächsten Mal hier an der SAP vorbeigefahren und ich an der SAP-Arena. Ich vergesse jedes Mal zu filmen. Knetkopfwatter. So, vorne steht mein Hängeschön. Hängen wir mal an. Hat noch kein Fahrniveau. So geht es gerade wie mir. Da muss auch noch ein bisschen arbeiten. Ja, gut ist. Ich haue hier jetzt den Rückwärtsgang rein. Oh, die Kamera ist an. Also das zum Anhängen und zum Container. Wenn der Container auf dem Hänger steht, siehst du das nicht. Siehst du den Haken nicht. So. Jetzt ist das Schammersteil da unten drin. Egal, wir kriegen es auch so hin. Wo ist doch? Knack, knack. So. Jetzt ist er zu. Gut. Dann machen wir noch. Ah. Aber Blick. Dann raus. Anbrennt es zu. Ach. 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 Schließen wir schnell an. Ach. Ach. So, dann brauchen wir noch. Achtung. Wenn ich hier die Bremse löse, sehen die Verriegelungen hier innendrin zu. Ich kann das erkennen, sie sind am Hänger, es sind vier Stück, legen sich dann hier rein und halten den Kübel fest. So, geht jetzt langsam in Paarstellung. Ich mache noch ein Bächelchen und dann geht es wieder nach Hause. So, also ich bin wieder im selben Fahrzeug. Ich fahre jetzt nochmal runter nach Rockenhausen, Hausstadt noch im Container. Nochmal einen mit Schrott. Jetzt wieder einen aufziehen. So, das Gerät habe ich schon umgestellt, das passt. Die Bagger werden erst gegen drei Uhr fertig. Also auch nicht, ja, nicht wirklich heute. Das war ein völliger Blödsinn, was ich da gerade gemacht habe. Also auch ein neues. Auf ein neues. Neues. Gute, ich habe hier drin auch eine Fernbedienung. Wie immer. Ohne Fernbedienung kann ich nicht. Ihr Lauf, neben Antrieb. So, das Teil ist an, ja. Ohne, wo geht's. Ohne, wo geht's. Ohne. Da ist der Hagel an der Sache. Blendet, ne? Blendet. Na? Und in Richtung Eieieiei. So, ich muss erst ein Stück vorziehen, weil hinten dran steht ein Zaun. So, ich muss, sorry, ich muss mal kurz rausgehen und gucken, ob ich die Frage richtig, richtig drin habe. Ja, da hat er. Hat er, so, ej ja. Man stellt sich aber Acht dran manchmal, ne? Halt. Läuft ein bisschen Wasser raus. Läuft ein bisschen Wasser raus. Anhänger können mitnehmen. Ja, schön, können wir locker nochmal zwei volle mit nach Hause nehmen. Ja, das war jetzt halt so. Wenn es ein bundesweiter Feiertag ist, Allerheiligen, ich weiß es echt nicht. Ich glaube fast nicht. Egal, auf jeden Fall, ähm, habe ich Donnerstag, Freitag Urlaub. Wir fahren da noch ein paar Tage weg, meine Frau und ich. So, machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen nach oben, vielleicht sogar ein Abo dalassen würdet. Würde mich sehr freuen, wie es gerade muss. Ja, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Würde meinen Kanal auch ein bisschen mehr verbreiten. Bekannter machen. Jetzt kommen die ganzen schönen Touren eigentlich, ne? Es ist, äh, der KMT wird gefahren, der 336 wird gefahren. KMT geht runter nach, nach Maxau in die Papierfabrik. Der 336, gut, der geht noch raus, Frankenthal. Aber es wären halt schöne Bilder gewesen. Naja, egal. Heute ist Schluss. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Tschö. GoPro Aufnahme stoppen. Yuri. ussia.